Spannendes Wochenende wartet auf uns, wir haben viel vor, zwei Videoprojekte für zwei sehr geilen Tracks, die wir jetzt aufnehmen. Was geht ab, meine Freunde, wir sind endlich in unserem Hotel für die nächsten Tage angekommen, super geiles Ding, in ein paar Minuten erwarten wir Robson, also bleibt am Ball, supportet uns, teilt den Scheiß, danke schon mal für alles, Peace out. Ich komme gerade aus Leiden, das ist so eine halbe Stunde entfernt von Amsterdam, es sind 140.000 Seelen oder so, lass mich lieben, keine Ahnung, ist auf jeden Fall kuscheliger als Amsterdam, so Amsterdam in klein könnte man meinen. Ich komme in alles, was jetzt passiert, ist schön füllt, du meinst. Wow, wow, ich schwöre, ich mag dich. Wow, was hast du? Gar nichts bisher. Wow, ich schuhe. Ich mache das richtig gut. Jetzt, Alter. Jetzt, Alter. Amsterdam, das ist so was, was das bisher gesagt wurde. Außerdem passt dein Case zu deinem Pulli. Ich habe euch auch angemeldet, dass ich meinen Case gar nicht filmen kann. Ich kann nur jetzt deinen Pulli zeigen, wenn die Leute wissen, was du für den Case hast. Auf jeden Fall hat sie gleich ein paar und meine Freunde. Start mit, Leute. Oh, oh oh. Ich habe euch damit. Das ist so geil. Das ist ein순je TV терz unos a叔 Zeigerz. Ich habe euch so gerne eine показ Additionally. Das ist so geil. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh yeah, 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 oh yeah. Du bist auch gelrein. Alter, das ist voll neid aus. Ey, das war alles, das ist voll neid. Du bist auch pliziert, das ist voll geil. Ja, Mann. Das ist ja viel zufrieden. Kannst du mal reingehen? Ja, Mann. Alles, Mann. Das ist die Hechte. Das ist gut. Ja, gut. Wunderschönen guten Abend, Jungs und Mädels. Wir chillen gerade ein bisschen in unserem Hotelzimmer in Amsterdam. Heute war zweiter Drehtag. Wir haben ein kleines Video für euch aufgenommen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf das freuen, was in nächster Zeit kommt. Wir tun es auf jeden Fall. Bis dann. Peace out. 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 Peace out.